Neue Wege erforschen. Mit dem BMW USB Map Update sind Sie bereit, Ihr Fahrzeug auf den neuesten Stand zu bringen. Stecken Sie den USB-Stick mit dem neuen Kartenmaterial in den USB-Slot Ihres BMW. Das Control-Display wechselt automatisch in den Navigations-Update-Modus. Wählen Sie jetzt Aktualisieren. Dieser Vorgang kann zwischen 30 und 60 Minuten dauern. Sie brauchen natürlich nicht die ganze Zeit zu warten. Sie können Ihr Auto und die Navigation während der Aktualisierung weiterhin benutzen. Um den Aktualisierungsstatus zu überprüfen, während Sie das Auto benutzen, drücken Sie Navigation, dann Einstellungen und Aktualisieren. Achten Sie darauf, dass der USB-Stick eingesteckt bleibt, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Nach der erfolgreichen Installation wird das System automatisch neu gestartet. Das war's. Update abgeschlossen. Um die aktuell installierte Kartenversion zu überprüfen, gehen Sie zur Navigation, wählen Sie Einstellungen und Update. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Vielen Dank.